Dass das Supertalent eine manipulative, quotengeile Sendung ist, sieht man daran, dass die Leidensgeschichten der Kandidaten immer in den Vordergrund gerückt werden. So zum Beispiel das von dem Marius Müller, der Keine ist wie du singt. Der hat wohl einen Unfall mit dem Auge gehabt als kleines Kind, was natürlich nicht gerade das Schönste der Welt ist, aber hätte man uns das nicht erzählt, mir wäre es zum Beispiel nicht aufgefallen. Aber das Supertalent muss natürlich direkt drauf zeigen, mit dem Finger quasi praktisch, viele Sendeminuten darauf konzentrieren, so nach dem Motto, schlimme Geschichte, habt Mitleid, findet den gut. Und dadurch kriegt man natürlich dann Quote und kann Zuschauer binden. Auch dass die Gesangsleistung des Marius Müller so extrem positiv dargestellt wird und als besonders krasse, talentierte Leistung ist völlig falsch. Der Gesang ist ganz gut, also da gibt es schon wesentlich schlechtere Sänger bei Supertalent. Aber leider viele Töne schief, also dann musste erstmal sozusagen am Tontreffen gearbeitet werden. Und es müsste auch mehr Volumen und Druck in die Stimme, also richtiges Gesangstraining gemacht werden. Aber solchen Leuten dann zu suggerieren, sie seien die ganz krassen Sänger und ihnen das vorzugaukeln, ist natürlich ein Belügen der Kandidaten und ihnen sozusagen das Vorgaukeln falscher Tatsachen. Und so macht man solchen Leuten eben Hoffnung, sie könnten da eine große Karriere anstreben. Und dann fangen natürlich auch solche Leute an, sich dahingehend zu entwickeln und zu verwirklichen, stoßen aber auf vielerlei Barrieren, werden dann ausgelacht, niedergemacht und sonst was. Oder verschwinden im Nichts, werden depressiv oder sozusagen verschwenden im unschlimmsten Fall einfach nur sozusagen wertvolle Zeit, die sie in was Besseres stecken könnten. Und das ist genauso miserabel, wie sozusagen ihre Leidensgeschichten auszubeuten bei solchen Leuten.